Die Magie ist wunderschön, aber sie birgt auch große Gefahr. Du musst lernen, sie zu beherrschen. Die Angst ist dein größter Feind. Nein! Mama! Papa! Sobald sie mich berühren, verbrennen alle die aus Asya sind sofort zu Asche. Wer ist das? Ich bin der Repräsentant des japanischen Zweigs der Heiligkreuzritterschaft, Mephistopheles. Gib mir meinen Handschuh. Nein, wieso? Wieso schließt du mich aus? Wieso schließt du die ganze Welt? Well jetzt auf, Anna. Warte, was? Ich sagte, hör auf! Satan hat angegriffen. Haltet euch einfach von mir fern, kommt mir nicht zu nahe! Also, für welchen Weg wirst du dich entscheiden? Ich bin der Musik Nur keine falsche Bescheidenheit. Musik Wow! Wonderful! I'm sorry! I'm sorry! Musik Die Frau hält sich ganz gut gegen unseren Vater. Doch letztlich ist sie auch nur ein gewöhnlicher Mensch. Ich bin gespannt, wie lange sie durchhält. Ich wusste gar nicht, wozu ich im Stände bin. Ich hatte ja eigentlich vor, das Spektakel bei einer schönen Tasse Tee zu verfolgen. Aber es scheint wohl nicht so einfach zu werden. Ich bin gespannt, wie es der Teufel ist. Ich bin gespannt, wie es der Teufel ist.